Der aventurische Bote titelt Ansvin von Rabenmund ist wieder da. Der Thronräuber hat Werheim erobert und zieht nun mordend und plündernd durch Dapatien. An seiner Seite der ehemalige Reichserzmarschall Leomar vom Berg, welch Lug und Verrat den Edlern dazu bewogen haben mag, weiß niemand. Ansvins Marodeure ziehen nicht den ehrenvollen Kampf vor und suchen die Schlacht vor den Mauern von Karit. Sie drehen ab nach Osten und erobern nun die Städte in Dapatien. Die Reporter vom Boten konnten die Leichen sehen und berichten nun davon, wie sie dort mit ihren verdrehten Körpern liegen. Das Rabenland ist schon lange nicht mehr im Besitz der Rabenunter. Vielmehr regieren hier nun die ehrenwerten Meersinger und das Bregelsaumer Blute. Der Bruder unserer ehrenwerten Kaiserin hat nun ebenso ausrufen lassen und regiert von Punin aus, mit der Kaiserin Großmutter an seiner Seite. Das Land ist nach dem Verrat des Löwen gespalten wie eh und je. Jahr des Feuers nennen die Gelehrten 1028 wohl nun. Trotz gestützter Heptarchen ist das Mittelreich verbittert. Wahrung ist frei, Galotte und Rassassort tot, doch Frieden haben wir nicht. Mütram Korsfeld für den Boten im Hesinde 1028. Und so beginnen wir in eurer eigenen kleinen Villa, mit dem aventurischen Boten vor euch, den Jalan gerade sinken lässt. Ja, guckt entsetzt. Was schreiben die? Rassassort tot? Was wissen die denn schon? Gerüchteweise hört man es in der Bilder, Magie, aber... Ich denke, wenn Answee ihn wirklich zu Fall gebracht hätte, würde er diesen Lautposaunen von allen Türmen schallen lassen. Man würde es vor allem in Limbus merken. Eine sphärische Erschütterung würde nicht unbemerkt bleiben. Ja, und ich denke, auch der Sternenhimmel wäre davon nicht ganz unbetroffen, wenn ihr versteht. Ich verstehe nicht. Das braucht ihr auch nicht. Außerdem hat er ein sehr beachtliches Kopfgeld. Ob man das mit Rachen so nennt? Ach, ja, mein Kopf. Oh, Mira, das war die Hand! Ach, Schatz, du sollst nicht in die Hand beißen. Wo wart ihr jetzt schon? Ich habe mich unterbrochen. Ja, ich weiß, alles gut. Und ich denke, er würde dieses Kopfgeld sicherlich einfordern wollen, um seine Truppen zu bezahlen. Die können nicht billig sein. Und daher können wir dies sicherlich davon ausgehen, dass diesmal wieder derselbe Schund ist, denn der Bruder hat uns seit einigen Zeitverbreitet. Ja, so gut. Ja, jetzt auch egal. Ich denke, das, was der Bote hier so schreibt, hat uns nicht weiter zu kümmern. Na ja, dass der sich halt ausrufen hat als Kaiser, das wird, glaube ich, ein Problem. Hm, hier steht ja, er hat sich nicht vom Wahrer der Ordnung, sondern vom Raben von Ponien zum Kaiser salben lassen. Ach, der kleine Wüten, das ist Indian. Ob er noch so klein und niedlich ist, wenn er mit einer Armee hinter sich steht? Ich glaube kaum, dass es seine Idee war. Vielmehr die Idee einer gewissen anderen Person. Und diese Hergang der Sache ist auf jeden Fall nicht recht. Der Adelskontent wird dies auf keinen Fall akzeptieren. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt er sich gekränkt, zurückgesetzt. Ist es nicht so, dass es noch gar nicht so lange ist im Mittelreich, dass auch Frauen erben können? Ja, Kaiser Haal hat den, hat den, hat die Garretter Bulle teilweise abgeändert. Seitdem dürfen Frauen erben. Aber war das nicht schon kurz nach der Geburt der Zwillinge? Also ich glaube nicht, dass die Linie an Haal sich noch an eine Zeit erinnern kann, als es anders war. Nun, es gibt die, die auf dem Standpunkt stehen, dass da die Änderung erst nach seiner Geburt vollzogen wurde, er trotzdem der legitime Erbe ist. Vor allem natürlich in seinem Geburtsort in Braunklamm, aber auch in, sagen wir, den eingesesseren Teilen von beiden. Und der Rabe von Poonin hat ihn jetzt irgendwie dazu ausgerufen. Ich dachte, das war doch der alte Mann, den wir kennengelernt haben in Poonin in dem Tempel. Das muss eine Fehlmeldung sein. Also der Rabe von Poonin würde sich doch niemals in politische Belange einmischen. Was? Nein, der Lindian-Wahl? Es wäre nicht gerade ein Akt der Deeskalation, oder? Der junge Selindian war lange sein Schützling. Vielleicht wähnt er in ihm einen von Buran Gesandten. Wir können nur raten, nach Poonin zu reisen, das Diaspol zu lang. Und der Bote schreibt nur schon, wie ihr seht. Offensichtlich, offensichtlich. Was mich mir mehr beunruhigt ist, dass das Volk in Dapathien in Answin teilweise Kaiser heißt. Und von dem selbst habe ich keine Verlautbarung mitbekommen. Aber die Leute erscheinen das nicht zu interessieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass dies unsere zwölfgöttliche Habende Kaiserin zur Weißblut bringt. Na, ihr könnt euch mal überlegen, wer diesen Boten in Auftrag gegeben hat. So wie es geschrieben ist. Wir könnten auf einen weiteren Bewerbkrieg hinzusteuern. Ich gehe davon aus, dass der Dapathische Bulle in Dapathien ganz anders... Ich glaube, dass der gar nicht sowieso gedruckt wird. Aber wenn es noch Redakteure vom Dapathischen Bullen gäbe, dann würde der anders titeln. Von der Redaktion von der Reaktion weiß ich nichts. Aber die Druckereien in Gallis laufen nach wie vor auf Hochbetrieb. Er hat sie gerettet. Boah, was auch immer da noch rumläuft. Kann man es den Leuten verdenken? Meiner Meinung nach sollte es solche Presse gar nicht ohne die Zustimmung der Kirchen geben. In der andere oder andere Weise, ihn zum Kaiser zu wollen, ist eine Sache. Aber ihn als Kaiser zu rufen, ist eine ganz andere. Das grenzt schon am Verrat. Aber was tut das dieser Tage nicht? Nun, ich denke, vielleicht sollten wir das zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort genauer diskutieren. Jetzt können wir ja sowieso nichts daran ändern. Ich denke, niemand von uns hat jetzt vor, so ans Wend hin zu gehen und ihm zu sagen, überlass das mal lieber. Wir haben schon größere Ebel zu Fall gebracht. Was haben wir denn jetzt vor? Die Zeit der Erholung war sicherlich gut. Oh ja, definitiv. Ach, es war so schön, einmal wieder vernünftige Zwerge zu treffen und bei langen Sternnächten Ratschläge zu halten. Und ach ja, ich habe viel zu lange schon keine Geoden mehr gesehen. Also, Herr Hohesam, bei der Aufenthalte in der Markleiter nicht. Answins Triumphzug hinterlässt doch viele dunkle Flecken. Auch er kann nicht überall sein. Vielleicht sollten wir bei der Kaiser einvorschelig werden und nun unsere Hilfe anbieten, um gewisse Auskünfte über Answin zu behalten, was er so treibt und was er nicht treibt. Und wenn sie uns checkt, Answin zu meucheln, was tun wir dann? Dann liegt es an uns, ob wir diesen Auftrag annehmen oder nicht. Haben wir überhaupt eine Wahl, wenn wir schon fragen, Frau Haya braucht ihr Hilfe? Und sie sagt, ach ja, dann würde dann sie ihn... Nun, solange sie uns keinen Befehl erteilt, müssen wir keinen Befehl folgen. Wenn wir mal ihr vorstellig werden, wird sie dies aber wohl tun und dann können wir nicht mehr guten Gewissens verweigern. Außer natürlich, eine solche Anweisung würde dem guten zwölfgöttlichen Recht zu widerwerfen. Nun, Rasschläge ist auf jeden Fall noch am Leben. Wir sollten uns Gedanken darum machen, wo er sein könnte und wie wir ihn zu fassen kriegen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Answin, auch wenn es hier im Boden so steht, sein eigenes Volk niederschlachtet. Er hat reichlich Marodeure und Baktiere aufknüpfen lassen. Diese Zeichnung, die ihr da seht, ist, soweit ich weiß, authentisch. Nun ja. Es hat schon seinen Grund, dass er nicht nach Garath gegangen ist, sondern nach Dapatien, denn in Dapatien sitzen weitere Nekromanten und die ehemaligen Schergen von Galotta. Selbstverständlich. Ich will es ihm auch gar nicht absprechen. Albuin ist auch ein sehr großer Freund seiner Bestrebungen, wenn die beiden sich auch auf... Sagen wir, andere Nebenen unangt sind. Warte also schon wieder mal Albuin. Ich muss. Er ist mein Herr. Ich macht ihn um Rat, wie die Lage mit der Kirche aufzuwissen sei, aber er kann seine Gedanken derzeit näher an Dapatien zu halten. Ich wollte... Ich hatte euch ja erzählt, vor einigen Monaten, dass es sich vielleicht lohnen könnte, den Greifengras aufzubrechen, aber die Jahreszeit macht dies zu einem Wunschtraum. Vielleicht werde ich in den Sommermonen dazu kommen. Ja, so eine Reise ist immer erquickend. Jetzt müssen wir nur noch Rassassort aufhalten, dann habt ihr sicherlich genug Zeit für so eine Reise. Warum er sich aufhält. Vergiss nicht, dass wir noch Xeran zu voll bringen müssen und ich bin mir sicher, bis daheim wird von den Spaltern im Reich einmal ganz abgesehen. Wie kann es sein, dass der Strom unserer Feinde nie abreißt? Na ja, ihr geht nicht besonders freundlich mit vielen Leuten um. Vielleicht machen wir uns deshalb laufend neue Feinde. Danke, Voltax. Nächstes Mal werde ich versuchen, mit den Baktieran zu reden. Das habe ich jetzt so nicht gemeint, aber... Verzeiht. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Ich denke, trotz alledem, wir sollten uns nun konsolidieren und erneut schauen, in welche Richtung wir als nächstes agieren wollen, denn es scheint doch noch viel im Arten zu sein. Ich habe übrigens Zulamin eingeladen. Das ist nett von euch. Sie müsste eigentlich auch gleich kommen. Es ist in der Tat eine angenehme Überraschung. Auch wenn ich mich ein wenig wundere, dass ihre Gnaden und Gareth tut. Ich habe sie um Hilfe gebeten beim Ritual. Erinnert ihr euch noch an die Woche, wo ich mit Mira draußen im Stall war? Ja, es waren sehr beunruhigende Geräusche, aber du hast gesagt, wir sollen auf keinen Fall sterben. Ja, sie und ich, wir beide wurden mit einem Ritual gesegnet. Es verbindet, Mensch und Tier. Es macht eine Verbindung von den Göttern gesegnet. Ihr meint, wie zwischen einem Hanabraja-Kavalier und seinem Pferd? Ja, das ist bestimmt ein gutes Beispiel. Wie ein Mann und sein Schlachtrost, sein Jäger und sein Hund. Man versteht sich danach viel besser. Und wenn der Bär eure Person annehmen sollte, sollt ihr doppelt Sorge tragen, unsere Hände bei uns zu behalten. Oh, Mira, du bist so ein braves Mädchen, ja. Ich werf den Bär unter dem Tisch noch ein Stück. Wo ist denn? Wie groß ist Mira eigentlich inzwischen? Also, Boltax kann drauf reiten und Abel kann sich wohl auch mittlerweile draufsetzen. Nicht, dass ich es versuchen will. Oh, das ist ein Bransmädchen, ja. Nun, wo wir gerade dabei sind, hat jemand was von Kiaras gehört? Ja, dabei, ah, hallo zu Lamin. Zulamin, wir, wir sprachen gerade von dir. Sie hatte mir dabei geholfen, Kiaras Spur wieder aufzunehmen. Er sei wohl irgendwo in Mendena gesichtet worden. Aber dort verliert sich seine Spur. Aber es scheint ihm gut zu gehen. Was treibt der wohl in Mendena? Ich glaube, die Abreise aus Wahrung war wohl nicht ganz freiwillig. Die Gräume, ihr erinnert euch? Die Steppenbriefe. Oh, die Gräume. Oh, diese verdammten, widerlichen, kleinen, fiesen. Wir müssen hier ein Mistkerle. Ja. Es geht ihm so gut, wie es hier jemandem von seinem Stand in Mendena gut gehen kann. Aber wie gesagt, dort verliert sich seine Spur. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Nun, ich denke, er wird seinen Weg gehen. Wir müssen unseren Weg gehen. Es ist ihm nicht ähnlich, auf eine solche Weise zu verschwinden. Er hat auch nicht um Hilfe gebeten. Wenn es nicht freiwillig war, dann natürlich sieht es ihm nicht ähnlich. Ihr seht ja, wie verschlagen die Gräume sind. Kleine Dinger. Selbst wenn er verschifft werden sollte von Mendena aus als Feenrich oder als Offizier zur See, wird er sicherlich auch sich dort auf den Schiffen auskennen und vielleicht gelingt ihm ja dort dann irgendwann die Flucht. Oder er wird als Geisel verkauft und tatsächlich kommt er so nach der Anfahrt zurück. Wir können zumindest gerade nichts für ihn tun. Nein, jetzt war nicht, aber ihr habt recht. Er ist tatsächlich eine wertvolle Geisel und ich bin sicher, seine Familie könnte eine entsprechende Summe aufbringen. Karinus, natürlich. Aber wir wissen nur sehr wenig. Naja, wir wissen, dass wir bald wieder Groll mithöten. Das gefällt mir gut. Aber was habt ihr denn so gemacht, Poltags? Du warst ja ewig unterwegs. Erzähl doch mal was. Ja, also wie gesagt, ich war bei anderen Geoden zu einem Zirkeltreffen und wir haben uns dann, naja, ich habe es euch ja schon einmal beschrieben, wie solche Treffen für gewöhnlich sind. Es waren zwei sehr sternenklare Nächte und wir saßen in einem Steinkreis. Erst haben wir ein wenig Irgenblatt konsumiert, dann hat und ein guter alter Freund und mein Wehrmeister war auch da gewesen und er hat auf einem Stein ein schönes Feuer entfacht und wir haben lange in das Feuer gestarrt und dabei wichtige Sachen über die Prozesse, diese Welt umwälzen bewusst geworden. Ach ja, und wir haben natürlich auch ein wenig Bier getrunken und naja, es war ein sehr angenehmer Abend. Ich muss sagen, das war wirklich schön. Ja, aber klingt nett. Das war's, das war's. So, und was habt ihr denn gemacht? Ihr seid ja ständig durch die Stadt getigert. Was glaubt ihr, wie viel zu tun war nach diesen ganzen Reisen und Erlebnissen? Also vom Hasinde-Tempel, also Pentagon-Tempel bis zur Akademie, dann zu anderem Akademie. Es war ein furchtbares Hin und Her und dann hatte ich noch eine Audienz in der Stadt des Lichts wegen dieser Bücher und so. Naja, das muss ja auch alles gemacht werden. Zum Glück bin ich aber letzte Woche zur Totenmarder dazu gekommen, endlich mein Bandschwert zu weihen. Oh, zeig mal her, zeig mal her. Kann man was sehen? Schau mal das gute Stück. Oh, bisschen kurz vielleicht. Na ja, dann haben es auch nicht so lang. Das sieht hervorragend aus. Hat Eisinger es geschmiedet? Ja, ja, ja. Liegt gut in der Hand. Ja, nicht wahr? Also, man könnte fast meinen, es sei, naja, fast ein Zwilling meines anderen Schwertes. Stemme ja auch aus der gleichen Schmiede und vom gleichen Schmied. Ja, der Eisinger soll gut sein. Er ist gut. Er ist der Beste. Ja, das sei der. da fällt mir ein, ich sollte vielleicht noch mal zum Ingram-Tempel wegen der Holzerüstung und so. Ja, stimmt. Und Abel, mir habt ihr irgendwas erreicht, irgendwas geforscht, irgendwas gefunden? Nun ja, ich habe mich meinen Studien hingegeben. Ich habe sehr interessante Erkenntnisse gewonnen. ja, so könnte man das sagen, aber das, das wird sich zeigen, wie sie anzuwenden sind. Ich denke, im Kampf werden sie hoffentlich hilfreich sein. Also habt ihr studiert? Äh, in der Tat, das Bücherstudium ist mir wie ein Gottesdienst, könnte man sagen. Das ist sehr langweilig. Nun ja, für die einen so, für die anderen anders. Habt ihr einmal probiert, vielleicht mit etwas Illenblatt zu kombinieren? Ich denke, das ist nicht hilfreich beim Studium. Ist eher ablenkend. Wenn es wie ein Gottesdienst für euch ist und mit Illenblatt fühlt man sich den Göttern schon mehr. Oh, also die Magie in Fassar haben keine Hemmungen zitterbar zu konsumieren, während sie in ihren Büchern blättern. Jaja, siehst du? Nun ja, jeder nach seiner Fassung, wie man sagt. Ich ziehe es vor, einen klaren Kopf zu behalten. Und trinkt deswegen Weißwein? Ein wenig Weißwein ist hilfreich. Es erleichtert bestimmte Meditationen und Konzentrationstechniken. Ja, und ihr müsst wissen, also Abelmier zaubert ja immer, indem er spricht. Er beherrscht es halt nicht so ohne Formel zu zaubern, aber das löst bestimmt die Zunge und macht es leichter für ihn zu zaubern. Nicht wahr, Abelmier? Was haben eure geotischen Freunde eigentlich dazu gesagt, dass ihr jetzt Geldmagier seid? Ich bin kein Geldmagier. Ich habe einzelne Rituale etwas intensiver studiert, aber ich bin auch kein Geldmagier. Ich bitte euch. Es ist natürlich durchaus interessant, die Geldmagie einmal von dieser Warte zu betrachten und vielleicht werde ich mir eines Tages einmal die Zeit nehmen und mich hier etwas ausrichten. Habt ihr mir noch erzählt, als wir auf dem Weg wieder zurück waren, dass ihr Saldor Vostarin bedauert habt, weil er Gildenmagier geworden ist und jetzt tut ihr es ihm selber so nach? Nein, bitte was? Also ich bedauere ihm nach wie vor, dass er nicht den geotischen Weg eingeschlagen hat. Ja, natürlich, das ist doch vollkommen richtig, aber ich würde nie meine geotischen Pflichten in irgendeiner Art und Weise zurückstellen hinter etwas anderem, aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass ich mich ja durchaus auch in nicht ganz so, naja, hervorragende Prinzipien der Magie einarbeiten kann. Man möchte ja über den Tellerrand hinausblicken, nicht wahr? So engstirnig wie andere bin ich nämlich nicht. Gioden sind ja schließlich auch Seelsorger und dass ihr ein paar gildenmagische Zauber gelernt habt, wird dem ja keinen Abspruch tun. Nein, genau. Ihr könnt nun profitieren von unserer Expertise, die wir in der Gilde gesammelt haben. Nun, Beutax, ich würde mich natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr der Gilde beitreten wolltet. Immerhin ist die Elementarmagie in der Weißen Gilde nicht wirklich vertreten und ich denke euer Ansatz mit dem Großmütterchen Sumo und lässt sich durchaus mit den Zwölf Göttern vereinbaren. Aha. Pappalapapp. Nur die Bruderschaft ist gewillt und der richtige Partner für solch eine Wissensaneignung. Nun, wenn ihr der Bruderschaft beitretet, erspart ihr euch jedenfalls eine ganze Menge Auflagen und Einschränkungen. Seht ihr? Seht ihr? Aber ich will doch keiner Gilde beitreten. Das ist doch... Ich bin ein Geode. Etwas ganz anderes. Ich verstehe immer noch nicht, warum eine Raijani zu der schwarzen Gilde rät. Sie kann doch raten, zu was sie will. Ich denke, wir sind alle freie Menschen oder Zwerbe. Aber ich finde es trotzdem immer noch befremdlich, dass es drei Gilden gibt, obwohl alles Gilden Magie ist. Nun ja, die einen sind etwas rückständig und die anderen etwas fortgeschrittener. Ihr müsst das verstehen. Ihr seid doch nur sauer, weil ihr rausgeworfen wurdet. Nein, ich trat fremdlich aus der Gilde aus. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Und wisst ihr, Savo, die schwarze Gilde war bis vor kurzem die einzige Art Magier, die ich kannte. Es ist für mich immer noch sehr fremd, Vertreter der anderen Gilden zu sehen mit ihren so fremdartigen Einstellungen. Naja, dann könntet ihr auch sagen, dass solche Mauern fremd sind, weil Fasar keine Mauern hat. Was? Fasar hat keine Mauern? Naja, gut, das Zwergenviertel, irgendwann haben die Zwerge beschlossen, dass sie um ihr Viertel eine Mauer ziehen, aber ansonsten ist Fasar selber ohne Mauern. Seht ihr? Fasar hatte Mauern, aber es wurde sehr oft eingenommen und irgendwann hat man sich einfach nicht mehr die Mühe gemacht, sie wieder aufzubauen, denn alle wichtigen Leute sitzen ohnehin in den Abortia und die Erhabenen kümmern sich wenig darum, wenn eine feindliche Armee durch die Gosse hindurch fegt. Naja, trotzdem ihr lenkt ab. Ihr kennt zwar keine Mauern, aber trotzdem auch wenn es bei euch keine Mauern gibt, so erkennt ihr dann trotzdem diese hier an, auch wenn es bei euch keine weiße oder graue Gilde gibt. Versteht ihr, was ich sagen will? Nun, ich lasse mich gerne von den Vorzügen der anderen Gilden überzeugen. Bisher kenne ich nur die Vorzüge der schwarzen Gilde. Kodex Albyrikus erleichtert die Dinge beim Zaubern. Nun ja, geht zurück auf Hochhalt den Weisen. Aber die Freiheits Beschränkungen, die damit einher gehen. Ich kenne sie aus erster Hand, diese Beschränkungen der Forschung. Ja, furchtbar, wenn man sich von göttlichen Geboten in irgendetwas beschränken lassen. Nein, 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 ich rede von den Magischen Vorschriften der Weißen Gilde. Das klingt nicht. Ob man für jede Forschung drei Unterschriften leisten muss und Forschungskill beantragen muss und Was habt ihr denn schon für Forschung geleistet? Also mal ganz ehrlich Abelmir. Habt ihr mittlerweile eure Magisterarbeit geschrieben Abelmir? Noch nicht, ich hatte noch keine Zeit. Gewiss. Hatte Esaun auch nicht, sie hat es trotzdem getan. Das ist jetzt aber finde ich wirklich etwas geht es doch weit weg von dem Thema was wir ursprünglich besprochen haben. Ich wollte eigentlich auch etwas Positives über die Gilden Magie sagen, denn ich muss schon sagen, ich bin schwer beeindruckt von euren Stäben. Die sind richtig klasse. Sind die nicht ein bisschen groß mit deiner Verhältnisse? Ja, ich meine ja auch prinzipiell die Idee, die hinter diesem Stab steckt und das magische Zusammenspiel der Rituale, die sie ineinander greifen. Es ist furchtbar faszinierend. Das Beste von allem. Nun, in diesem Fall kann ich nicht widersprechen. Also gut, kommen wir wieder zurück auf diesen Boten, der vor uns liegt. Was machen wir jetzt? Ist das etwas, was wir machen oder lassen wir jetzt ein paar andere Helden heran? Ich würde mir schon vorstellen, dass ich mich mit Isarun noch einen Monat um den Hesinnentempel kümmern. Weiß das so in der Hesinnentekirche? Um den Tempel kümmern? Ja, so heißt das. Offensichtlich. Vielleicht sollten wir uns auf das Geschehen in Wehrheimen und Umgebungen kümmern unter Augenmerk richten. Vielleicht sollten wir wirklich einmal OHA aussuchen. Wir sollten einen Boten hinschicken und eine audience beantragen. Man wird uns zu gegebener Zeit dann vorladen. Die Frage ist, versuchen wir gerade einen Thronfolgestreit zu lösen oder kümmern wir uns um nun ja die besetzten Gebiete? Niemand von uns hat genügend diplomatische Expertise, vielleicht abgesehen von Boltax in seinen langen Lebensjahren, um sich um die Thronfolgekrise zu kümmern. Wir haben allerdings militärische Probleme, immer noch. Um die können wir uns kümmern. Dafür haben wir die nötige Expertise. Ich denke auch. Weil mein Vorschlag damals, wie wir mit dem Huckers Reich zu verfahren hätten, von Abel mir so abgeschmettert worden ist. Ich bin mir sicher, Ihre kaiserliche Majestät wird schon wissen, wie sie uns am besten anzusetzen gelingt. Also mir wird hier langweilig. Können wir bitte irgendwas tun? Ja, und diese Großstadt ist auch nicht wirklich ein Ort für einen Eisbären. Lass meine Eisbären in Ruhe. Brave Mira, ja, da hast du die Hand gebissen. Ja, wer ist mein Engel? Ja, Mira ist mein Engel. Rafim, doch nicht diese Hand. Ihr habt doch geübt, mit dieser Axt zu kämpfen. Scheiße in der Hand ist total unheimlich scheiße gefährlich. Ich weiß nicht, wer das war, aber der braucht dringend aufs Maul. Ich glaube, war ein Troll. Dann braucht ein Troll dringend aufs Maul. Nun ja, aber irgendwie muss dieses Ding führen. Ja, ich kriege das schon dahingeworfen, aber er braucht keine Kunststücke. Ihr müsst es nicht werfen. Und du haust auf den Kaffur. die Kugel in der Nähe halten. Sie verhilft Knadukas zu ihrer Treffsicherheit. Ja, dann bist du mit dem Umgang mit der Lanze weiter geschult. Selbstverständlich. Hast du beim König der Ritter weiter trainiert? Mir zurzeit nicht, nein. Auch ein König? Ein echter König. Nur ein Titel. Ich verstehe. dann sollten wir wirklich einen Boden losschicken. Ich würde noch kurze Schreiben aussetzen mit einer Bitte um kurzfristige Audienz bei ihrer König Königlichen Kaiserlichen Majestät. Kaiserliche Majestät? Kaiserliche Majestät. Soll ich jetzt diese komische Scherpe anziehen? Wenn du möchtest. Zumindest wäre das ein geeigneter Anlass. Ihr habt doch alle gesagt, ihr für so offiziellen Scheiß wäre die gut. Ganz recht. Die liegt immer nur auf meinem Bett rum. Dann ziehe ich sie an. Hey, wisst ihr, was noch ganz toll ist? Könntest sie auch Mira anziehen? Untersteh dich. Wir brauchen noch eine für Mira. Vielleicht soll ich was anfertigen lassen. Hat der Bär denn mit gekämpft? Schnauze. Kann man Bären tätowieren? Das geht bestimmt. Aber das wird dem Bären wehtun. Ich werde nicht vorher rasieren müssen. Das ist ja unpraktisch. Bären haben blaue Haut. Wusstet ihr das? Nein. Blaue Haut? Blaue Haut?